Ich habe heute Morgen an den Phönix gedacht. Ich habe mich mal gefragt, ob das der... Ich habe mich mal gefragt, ob das der Vogel war, der den Cäsar inspiriert hat zu den Uniformen. Weil er so wendig ist, so aufmerksam. Und dann hat er ja dieses rote Federkleid. Und jetzt ist er da. Ich habe heute Morgen gerade an den Cäsar gedacht. Ich habe gestern noch an den Phönix gearbeitet. Und jetzt ist er da tatsächlich. Hier ist der Phönix im Winter. Du hast es nicht. Ich habe mich mal ganz Glück. Ich habe vor allem ein wenig geboßt, Ich bin der Vogel, dass der Vogel ist. Ich bin der Vogel so großartig. Ich bin der Vogel so großartig. Ich bin der Vogel. Ich bin der Vogel. Vielen Dank. Jetzt ist es dort hinten runter. Mal schauen, ob man hier noch rüberkommt, weisst du? Wir haben den 20.12.2022. Das ist der Phönix. Und hier ist das Weibchen. Hier ist tatsächlich noch das Weibchen. Jetzt haben wir sie ganz kurz gesehen. Das Männchen war jetzt die ganze Zeit dort oben. Und hat eine Ausschau gehalten, ob irgendetwas oben ist. Und dann hat sich das Weibchen hier ganz kurz gezeigt. Wir haben den Wind, weil hier in der Nähe kein Bein. Trotzdem sehen wir auch Blätter, wie sie runterkommen. Hier oben ist noch Schnee. Hier ist noch Schnee. Hier auf den Bergen. ZANI 42, wir nehmen den 22.12.2022. Das war's. 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 Das war's.